Moin Leute und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute vorweg etwas Organisatorisches, gleich dann den spannenden Spielbericht. Mein Entertainment Kanal. Einige von euch wissen das, ein paar von euch habe ich das auch schon gezeigt. Das waren die Leute, die ich etwas näher kenne und zum Beispiel bei Facebook geredet habe oder sogar deren Nummer habe. Und denen hatte ich das gezeigt und die waren alle soweit zufrieden mit meinem Entertainment Kanal. Ich bin mittlerweile auch recht zufrieden damit und deswegen könnt ihr mich jetzt gerne anschreiben und ich würde euch gerne allen mal meinen Entertainment Kanal zeigen. Ich möchte euch damit aber nicht auf den Sack gehen, deswegen schreibt mich, wenn ihr das sehen wollt, gerne in OFM an, egal welchen Verein und ich schicke euch dann den Link. Ich denke aber, dann ist die Werbung dafür nicht zu penetrant, wenn ich jetzt hier in jedem Video sage, wie mein Entertainment Kanal heißt, dann würde das irgendwann nerven. Also ihr könnt mich im OFM anschreiben, egal welchen Verein und ich werde euch auf jeden Fall auch nicht antworten. So, jetzt fangen wir mal an mit dem spannenden Spielbericht. Es war heute ein Auswärtsspiel. Eigentlich müssten wir heute dann die Eintrittspreise anpassen. Wir werden aber gleich mal schauen, ob der Torwarttransfer heute geklappt hat und beim nächsten Mal dann wieder das Thema Stadieneintrittspreise in Angriff nehmen. Heute gibt es also quasi nur den spannenden Spielbericht und die Klärung der Torwartfrage und so ein bisschen die Kaderplanung für die Zukunft. Sechste Minute, die erste Torchance. Es war mein zentraler Mittelfeldspieler. Er scheitert dann aber am Torwart. Das hat ihn ziemlich sauer gemacht, deswegen holt er sich danach gleich die gelbe Karte, weil er einen Mitspieler, natürlich nicht, sondern einen Gegenspieler, wegrät. Danach mein Stürmer mit einer Chance, 20. Minute, die erste richtige Torchance, nachdem mein zentraler Mittelfeldspieler ja am Torwart gescheitert war. Dann eine Torchance für den Gegner, der scheitert auch am Torwart. 35. Minute, die nächste Torchance. Mike Flemming schießt, doch der Torwart hält. 38. Minute, das 1 zu 0 für den Gegner. Ja, es wird spannend. 58. Minute, die nächste Torchance, doch mein Torwart kann den Ball parieren. Und mein 13. Torwart aktuell ja der Übergangskeeper. Flavien Drosero dann mit dem 1 zu 1. Flavien Drosero mit dem 2 zu 1. Und Flavien Drosero mit dem 3 zu 1. Der Mann rettet mir das Spiel mit einem späten Tor in der 90. Minute und einem späten Tor in der 92. Minute. Klasse Spieler, Dreierpack. Unglaublich wichtige Tore im Meisterschaftskampf. Unglaublich spannendes Spiel. Der Gegner hat im Endeffekt 3 Torschancen weniger. Hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Hatte auch zwischenzeitlich die Führung. Galatasaray-Bauchlitz mit einem richtig guten Spiel. Aber auch mein Verein war wirklich solide unterwegs. Ich habe ja Stärke 236. War natürlich der Favorit. Und so ein Spiel muss man natürlich eigentlich auch gewinnen. Aber ich habe ja aktuell einen ziemlich schwachen Torwart. Das Problem wurde auf jeden Fall kompensiert durch eine überragende Leistung von meinem Mittelstürmer. Mein zentraler Mittelfeldspieler eher mit einem durchwachsenden Spiel. Eine gelbe Karte gab es und eine nicht genutzte Torchance. Aber der Gegner hat natürlich auch einen Torwart im Tor stehen, der auch gerne mal einen Ball halten kann. Das war der spannende Spielbericht. Jetzt wollen wir mal weiter schauen, ob die Torwartfrage jetzt endlich geklärt ist. Und sie ist geklärt. Heute kam ein neuer Torwart. Das war Clement White von den Beta-Buben. Clement White hat eine Stärke von 21, ist 36 Jahre alt und wird bis zum Saisonende mein Stamm-Torwart werden. Ja, auf jeden Fall eine gute Vertretung. Daniel Michlowski hat auf jeden Fall ihn gut vertreten. Was heißt, ihn hat auf jeden Fall die Torwart-Position gut vertreten. Kann man auf jeden Fall sagen. Und jetzt ist aber auf jeden Fall ein Torwart da, der, sag ich jetzt mal, auf jeden Fall auch dann eher Weltpokal-tauglich ist. Dennoch wird mein Ersatzkeeper erstmal weiter spielen. Das wird jetzt etwas komisch wirken für euch. Aber mein rechter Mandekker, der hat sich verletzt. Jako, Imonen, ist ja immer sehr auffällig in den Spielen, ob es Tore sind, ob es gelbe Karten sind. Und ja, jetzt ist es leider eine Verletzung. Und mein Torwart wird erstmal weiterhin spielen. Und das in allen Wettbewerben. Denn der Spieler ist logischerweise und realistischerweise in allen Wettbewerben auch verletzt. So, jetzt wechseln wir aber erstmal hier so ein bisschen durch, dass wir auch alle Formationen angepasst haben. Und Clement White wird jetzt also mein neuer Stammtorwart bis zur neuen Saison. Er ist schon 36 Jahre alt. Also länger geht auch nicht. So, das wäre erledigt. Ich spiele ja aktuell keinen Fun Cup hier. Wir können gerne einen untereinander austragen, wenn ihr Lust habt. Und das war es eigentlich auch soweit, was ich jetzt hier noch erledigen musste mit diesem Torwart. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen die Kaderplanung machen. Ich glaube aber, bevor ich das mache, zeige, höre ich noch ganz kurz das Weltpokal-Spiel. Das war ein unglaubliches Spiel. Das kann man schon am Ergebnis sehen. Ich habe den Spielbericht schon gelesen. Das sieht jetzt hier nicht so aus. Aber ich war da mit Firefox drin. Und aktuell bin ich in Google Chrome drin. Und dann sieht man das nicht sofort hier. So, schaut euch dieses Spiel an. Wie geil wäre es gewesen, dieses Spiel im spannenden Spielbericht zu sehen. Ja, ich weiß, es wäre auf jeden Fall auch möglich gewesen. Aber ich werde mich jetzt erstmal auf die Ligaspiele beschränken und euch dieses Spiel kurz so vorstellen. Absoluter Wahnsinn. Ihr werdet begeistert sein. So, zunächst einmal das 1 zu 0 für den Gegner. Dann das 2 zu 0 für den Gegner. Dann das 2 zu 1. Das 3 zu 1. Meine Mannschaft lag also wieder hinten, wie heute eigentlich im Ligaspiel, wo wir auch 1 zu 0 hinten lagen. Das 3 zu 2, das 3 zu 3 und das 3 zu 4. Wieder mal ein schneller Dreierpack von meinem Mittelstürmer. Beziehungsweise war es ja eigentlich davor. Das nehmen wir jetzt mal nicht so ernst. Dann eine Torchance für den Gegner, für den Ausgleich. Dann das 5 zu 3 für mich. Und dann tatsächlich in der 92. Minute noch das Anschlusstor für den Gegner mit einem Schuss aus 7 Metern. Unglaubliches Spiel da auf jeden Fall. Ich habe wirklich mit Erstaunen diesen Spielbericht gesehen. Und ja, auf jeden Fall krasses Spiel. Ich konnte das erste Spiel gewinnen. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Spiel, damit wir auch Gruppenerster werden können. Gegen Brejo FC, der ja auch die Torwartfrage auf jeden Fall noch klären muss. Das können wir uns jetzt hier auch mal anschauen. Der hat aktuell nur einen 10er Torwart. Und ich hatte ja nur einen 13er Torwart. Und das erklärt dann auch dieses Schlachtfest. In diesem Spiel hatte ich ja noch den 13er Torwart, die gesagt drinne. Ja, den 10er Torwart. Und bei zwei Mannschaften mit einer Stärke von über 217 oder 218, sagen wir jetzt einfach mal. Ihr wisst, was ich meine. Ist das natürlich ziemlich krass, wenn zwei so einen schwachen Keeper haben. Und das erklärt dann natürlich am Ende auch dieses wahnsinnige Ergebnis. So, jetzt habe ich genug geschwärmt vom OFM und der Spielberechnung, die ja normalerweise nicht so toll ist. Aber dieses Spiel war auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ich habe es leider nicht im spannenden Spielbericht gesehen, aber ich habe mir, wie gesagt, den Spielbericht angeschaut. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen die Kaderplanung machen. Ihr merkt schon, ich bin heute ziemlich gut gelaunt. Und ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, wahrscheinlich bin ich krank. Ne, auf jeden Fall, jetzt klären wir mal die Kaderplanung. Mein Kader ist im Schnitt 34 Jahre alt. Natürlich muss ich die Torwartfrage nächste Saison wieder mal beantworten. Dort habe ich halt noch keinen Mann gefunden aus meiner Generation. Da gibt es auch eigentlich gar keinen, der so ungefähr das Niveau meiner Mannschaft hat, außer das vom direkten Liga-Konkurrenten. Und der wird natürlich nicht seinen Torwart verkaufen. Also, das wird erstmal so bleiben, dieses Problem. Ich muss mir jede Saison einen neuen Torwart kaufen. Ansonsten werde ich den Kader auf jeden Fall, bis er 36 ist, durchspielen. So ist aktuell dann die Planung. Ich könnte ihn mit 36 verkaufen, wenn ich dann die Torwartfrage nicht beantwortet bekomme, sozusagen. Ansonsten sollen die Spieler wirklich ihre Karriere hier in meinem Verein beenden. Das ist also so aktuell die Kaderplanung. Wir können mal ganz kurz auf den Transfermarkt schauen, was wir hier so finden an Spielern. Da wird aktuell natürlich nicht so viel Gutes dabei sein, aber wir wollen einfach mal schauen. Was es da aktuell so gäbe? Hier haben wir aktuell einen guten Stürmer auf dem Transfermarkt. Der ist aber aus meiner Generation. Wir könnten ja auch mal vielleicht hier die Statistiken aufrufen. Wir suchen jetzt einfach mal ein Team mit dem Alterschnitt 30 und schauen einfach mal da so ein bisschen drin rum, dass wir einfach mal so einen Einblick da rein bekommen, wie ich so meine Kaderplanung auf kleinen Servern mache. Auf kleinen Servern, auf denen ich viel Geld habe. Aber also aktuell eigentlich nur der Beta-Server für mich war das auch an dem Schweizer-Server so. Dort habe ich ja aufgehört. Also hier schaue ich dann gerne mal rein und schaue, was hier so für gute Teams am Start sind. Lausitz 2011. VfB Fallersleben. Man sieht hier also aktuell, was hier so für gute Teams am Start sind. Und dann schreibe ich die Leute gerne mal an und frage, wollt ihr mir mein Team verkaufen? Doppelter Marktwert, machen wir alles klar. Und so hat das in der letzten Zeit eigentlich immer geklappt. Wir können ja mal ganz kurz noch meine Liste durchschauen, was ich mir so für Teams bisher gekauft habe. Dass ihr wisst, was da wahrscheinlich dann in Zukunft dann auch wieder gekauft werden wird. Und dann soll es das mit dem heutigen Video auch gewesen sein. Also beim letzten Mal kam dieses Team logischerweise. Das war in Saison 67. Da habe ich mir meine aktuellen Spieler gekauft. Ihr erkennt die Namen wieder. Loni Cruz. Dani Cavajal. Ich habe den Spieler nicht umbenannt. Der hieß schon so. Mike Fleming. Und so weiter und so fort. Also das sind die aktuellen Spieler, die habe ich damals gekauft. Wir schlagen das Ganze jetzt einfach mal auf 230 Millionen Euro, die dieses Team gekauft hat. Also das war ziemlich günstig. Das klingt jetzt hart, dass das günstig ist. Aber diese 230 Millionen Euro bekommt man nur durch die Stadion-Einnahmen in den Freundschaftsspiele und Ligaspielen. Und natürlich Weltpokalspielen und Pokalspielen wieder rein. Das heißt, dieses Geld habe ich komplett nur dadurch reinbekommen, dass ich mit diesem Team gespielt habe. Und ich meine, wie geil ist das denn? Also man kauft sich ein Team, mit dem man Meister werden kann und macht im Endeffekt keinen Verlust. Einfach eine geile Sache auf jeden Fall. Natürlich auch ein bisschen Arbeit, weil man muss immer die Stadion-Eintrittspreise anpassen. Man muss auch die richtigen Freundschaftsspiele spielen. Aber das ist meine Taktik, dass ihr einfach mal seht, was aktuell da so immer meine Taktik ist. Hier seht ihr mein Vorgängerteam. Das habe ich mit 35 Jahren verkauft, weil als ich es eingekauft habe, dachte ich noch, ich würde Zinsen bekommen. Und dann hat der OFM relativ schnell die Zinsen abgeschafft. Und dann musste ich irgendwie dieses Team verkauft bekommen, damit ich Plus Minus Null mit diesem Team mache. Und das hat dann mit 35 tatsächlich dann auch funktioniert. Colm April immer noch eine absolute Vereinslegende. Der Typ hat mich auf jeden Fall zu einigen Meisterschaften geschossen. So, wir wollen mal noch weiterschauen. So, denn das Team davor wollen wir uns noch anschauen. Hier seht ihr auf jeden Fall das Team, was ich damals gekauft habe. Das Colm April, den habt ihr ja gerade eben gesehen, den ich verkauft habe. Hier seht ihr, wie ich sie eingekauft habe. Das war etwas teurer auf jeden Fall, dieses Team. Ich würde mal schätzen auf 320 Millionen Euro oder so ungefähr. Das war etwas teurer. Und konnte ich dann dadurch, dass die Zinsen weggefallen sind, nicht mehr ganz reinholen. Nur dadurch dann, dass ich es mit 35 dann verkauft habe. Ja, das war dann halt meine Taktik geworden. So, interessanterweise das Team davor kam aus Schottland und das Team davor kam auch aus Schottland. Also ich kaufe gerne schottische Teams. Das ist dann durch den FC Empoli leider unterbrochen worden. Ich fand das ziemlich witzig, dass ich damals immer nur schottische Teams gekauft habe. Hier seht ihr das auch. Schottische Team von den Glasgow Rangers gekauft. Schottisches Team hier von St. Patrick Green gekauft. Dieses Team war ziemlich günstig, 31 Jahre damals. Und konnte ich auch komplett durch die Ligaspiele, Freundschaftsspiele und damals noch Zinsen wieder reinholen. So, jetzt sind wir in Saison 52. Wir schauen uns jetzt einfach noch ganz kurz das Team davor an, was auch komplett aus Schottland kam. Oder ist das... Warte mal, hier müssen wir ganz kurz zurückgucken. Genau, Schottland. Schottland, vielleicht war das auch schon dieses Team hier. Wir müssen noch mal ganz kurz schauen, ob mich meine Erinnerung da etwa im Stich gelassen hat. Oder ob ich tatsächlich davor noch ein Team aus Schottland gekauft habe. Sieht nicht so aus. Also das waren dann diese Spiele, die wir schon gesehen haben. Hier haben wir auch noch mal ein paar schottische Spieler. Naja, auf jeden Fall habe ich insgesamt in meiner OFM-Seite irgendwie überdurchschnittlich viele Spiele aus Schottland gekauft. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen durcheinander. Aber es musste auch mal sein, weil ich sehr, sehr gut gelaunt bin. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.